sehr gut kann auch Dixie nehmen, mir egal ach da gibt es ja was gibt es für Dixie Herzen na danke, so und ich vermute, dass da oben jetzt was ist, kleinen Moment ich gehe jetzt hoch das ist nix, was hat der jetzt gebracht hier ist was oben, ne, da ok, wollte ich sagen, das muss doch was sein ich konnte mir nicht vorstellen, dass da nix ist ok, ein Puzzleteil habe ich bisher gekriegt, das ist glaube ich nicht sehr viel das gibt was schönes das coole ist ja, dass man echt nicht stirbt wenn die einen fressen, diese fleischfressenden Pflanzen aha matsch das ist ja schön, einfach mal ein Teil da mitgenommen das sieht nach Flucht aus, ja ich möchte das n haben, ja doch nicht so ok, ok, ok haben wir denn das o gehabt? ich bin gar nicht sicher aber das o, das o haben wir noch gar nicht oh, das war schlecht das war schlecht, ja wo waren das o? oder kommt das erst noch? vielleicht kommt es auch erst noch das ist nicht schlimm so, was war hier ach, da ist das o, ok äh, wie schaffe ich das jetzt ohne Affen? schwierig, ne kann ich mir nochmal einen Affen holen? ah, theoretisch ja tut mir leid, aber ich brauche doch nur Affen fuck ja, das ist, das ist eigentlich fast zu weit, ne komme ich denn da ohne Affen an den Buchstaben ran? ich versuche halt, ne da oben ist ein Puzzleteil, kann das sein? ich glaube, ich habe da oben ein Puzzleteil gesehen warte mal naja, da ist irgendwas, ja aber da kommt es, ne ich möchte es dir nicht ha, ok vielleicht mit Dixie muss ich auf jeden Fall nochmal rein ob das klappt? mit Sprung und dann einfach weiter ohne anzuhalten in der Luft? oh, versuchen, ne also ich befürchte schon da ist definitiv ja, da leuchtet was ob das ein Puzzleteil ist, ist die Frage ich glaube schon nein, egal mach mal einmal oh es hat geklappt knapp, aber es hat geklappt ja, jetzt ist das Problem jetzt komme ich aber nicht äh, scheiße ich komme mich ans Ende ran jetzt ja doch aber das oh, ich brauche Zeit ist das Ding noch hinter mir her? bin mir nicht sicher ja gut, ich habe den Speichersau was will ich mehr und ich habe den Buchstaben das ist noch viel wichtiger also ich glaube schon dass da oben irgendwas ah, das kann aber auch so eine Laterne wieder im Hintergrund gewesen sein ah, glaube ich ist fast tatsächlich er ich hätte das echt nicht gewusst wie man da hinten hätte kommen sollen oh, das ist schon eine fiese Stelle ein Fass? ne die sehen schon cool aus, ne? juhu das zweite von fünf da oben ist was ich sehe es schon Moment oh, ein Secret Exit und der war jetzt relativ simpel wieder versteckt muss ich sagen weil den hat man eigentlich gesehen also ich fand der war leicht zu sehen ja gut, jetzt logischerweise habe ich das G nicht weil ich das Level nicht zu Ende gespielt habe aber gut dann müssen wir jetzt eh nochmal neu rein na gut aber wir haben ein Secret Exit gefunden ich glaube auch dass jemand geschrieben hat dass es insgesamt zehn Stück im Spiel gibt ähm das würde heißen pro Welt ein erstmal und dann vielleicht noch zwei weitere oder so weil allein in der Wasserwelt da haben wir ja festgestellt da gibt es ja auf jeden Fall zwei also ich hatte ja erst drei vermutet aber erst beim Nachhinein jetzt beim Nachgucken habe ich festgestellt es sind anscheinend nur zwei in der Wasserwelt das eine ist keiner wahrscheinlich ist es nur eine Verbindung die sich dann schließt wenn man den anderen findet könnte ich mir vorstellen sehen wir dann jedenfalls gibt es da zwei Stück einer zu erreichen mit Dixie oder einer zu erreichen mit Cranky und die werden wir uns da bei Gelegenheit holen muss mal gucken vielleicht machen wir dann irgendwann mal wenn diese Welt hier fertig ist ähm und wir sowieso eine neue Welt anfangen würden vielleicht kann man da so eine so eine Reise unternehmen weiß gar nicht ob das irgendwie geht oder ob das erst im Anschluss dann geht wenn das storytechnisch einmal durch ist das weiß ich halt nicht oh jetzt gibt es da ganz bunt interessant gut jetzt ist man natürlich nochmal von vorne ist aber nicht so schlimm es ist jetzt bisher nicht das hammer schwere Level aber es ist ein bisschen ja wie soll ich sagen es ist jetzt nicht mein Liebling es wird nicht meine Lieblingswelt nee das definitiv nicht es ist alles ein bisschen ja keine Ahnung ist mir ein bisschen zu kompliziert alles hier ich hab's lieber ein bisschen harmonischer ja ach scheiße ich hab gar kein Cranky mehr oh ich hab die getroffen geil so ich hab ja die ich brauche die Puzzleteile nicht nochmal holen das ist ja das Gute ach dafür ist das Ding da stoppe ich einfach nur die die Axt mit das ist alles wahrscheinlich ist es da oben echt nur eine Laterne so okay ja das Ding ist schon ein bisschen abgesackt gewesen deswegen hat's nicht geklappt aber jetzt sind wir eigentlich schon wieder an der Stelle wo wir eben auch schon waren aha dies hat geklappt okay ach ja das Ende lass mich durch ich will das Ende erreichen das Ende muss ich kriegen das ist ganz wichtig ja normalerweise hätte ich das schon holen sollen komm 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 ach war knapp eigentlich ist es dafür gedacht glaube ich dass man den damit praktisch äh einsammelt äh abwürft einsammelt so ich war ich ja eigentlich im Puzzleteil ja hab ich auch schon eingesammelt okay so jetzt gucken wir mal hier weiter ja da kann ich wenn ich will doch Bananen einsammeln komm her nennen wir den noch mit so jetzt haben wir Dixi machen wir mal die Pflanze da oben kaputt leider haben wir das nicht gekriegt ah ich muss da drauf ne ja ich glaube ich weiß ja was ist hier so interessant die können wir glaube ich einsammeln ne und eine Muenze okay verstehe gut das G habe ich jetzt alle Buchstaben ja die Buchstaben habe ich alle alter ich habe so viele Puzzleteile übersehen ach der macht drei ja danke das muss man ja mal wissen was ist das da oben ach nö okay ich hätte wahrscheinlich warten sollen ich wollte eigentlich nur schnell durch das war aber nicht die richtige Entscheidung ach ja ist das schön ach man ja ich muss in die andere Richtung ich denke nicht an dieses blöde Förderband da unten ach nochmal okay 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 lass mich durch lass mich durch lass mich durch sehr gut auch nicht das hat wahrscheinlich Puzzleteile gegeben ne was kommt denn jetzt ist auch nett wahrscheinlich gibt es hier nochmal Sachen einzusammeln und dann gibt es einfach noch ein Puzzleteil man sieht ja wo was rausspringt hi hi okay ich habe drei ganze Puzzleteile gekriegt von fünf ne von sieben oder was war das war das sogar ne von fünf da gibt es noch da gibt es noch was zu holen ja ich bleibe leider dabei es ist nicht meine Lieblingswelt also die fünfte ne mit der kann ich mich nicht so wirklich anfreunden und die Wasserwelt ich weiß gar nicht wer das war die vierte ne ja also fünfte und vierte sind bisher meine die ich am wenigsten mag die drei davor fand ich eigentlich alle ziemlich geil mal gucken was noch so passiert so da geht es jetzt zum Saftladen okay und was ist das da rechts ist das vom Secret Exit das ist die Krimskramskiste von Funky da brauchen wir jetzt erstmal nicht hin nehmen wir mal den Saftladen oder was ist das da unten achso das ist vom Secret Exit das Ding Honig Harlekinaden Harlekinaden okay spielen wir erstmal die Honig Harlekinaden was da jetzt wobei rumkommt vielleicht die Rückkehr der Zinger wegen Honig ne ich glaube hier nicht ich glaube ich nicht weil die ganzen alten Gegner dürften sie rechte technisch nicht mehr nehmen die Kremlinge oder die Zinger nicht und so weiter so links war aber was das habe ich gesehen toll da hätte ich wohl Cranky haben müssen mit Cranky komme ich da hin jetzt dachte ich ich kriege hier vorne Cranky wahrscheinlich was willst du für ein Digger es gibt so eine Art Bienen sag ich mal hier ja hi okay okay ich habe es verstanden ah ich bräuchte Cranky dann gibt es da noch ein Puzzleteil da links da komme ich aber ohne Cranky nicht hin Gemeinheit Gemeinheit wollen wir alle ein da ist bestimmt was für natürlich wenn ich das noch einsammeln würde wäre es noch geiler ne okay ah da unten ist was tolles ja will das haben okay ich den einsammel okay hätte es sein können dass ein Puzzleteil erscheint ich wollte es nur wissen ich wollte es nur wissen es erscheint aber keins da gibt es nichts für brauchen wir also nicht ausprobieren obala naja ist das da ist ein Fass kriege ich das noch das kommt nicht wieder ne kommt es wieder ja es kommt wieder ich möchte Didi haben äh Didi Cranky oh da gibt es da noch mal was für sehr schön so dann machen wir das da noch mal eben ne ich hätte mir keinen ungünstigeren Moment für beide Absprünge aussuchen können der eine direkt in den Gegner und der andere in die Schlucht das habe ich ganz toll gekriegt so da ihr beiden so jetzt ist er gerade weg nicht dass es hier noch was für gibt fällt mir gerade ein das könnte ja auch noch sein ne na wer weiß so so warten wir nochmal ab das gibt es noch nicht komme ich da echt nicht mehr zurück doch ne aber wahrscheinlich muss ich einfach ja gut ich muss ja in der Mitte abspringen halt richtig wenn hier ist ah das könnte Alex echt so Schwierigkeit geben so komm her Cranky ja es geht so scheiße Bananenmünze kriegt mit Cranky ne ja die will ich nicht ok dann machen wir mal natürlich gibt es da ein Puzzleteil für alles andere hat mich jetzt auch sehr gewundert zumindest haben wir das schon mal gekriegt finde ich gut so wir halt zurückkommen und wenn nicht dann ist es auch nicht so schlimm weil wir können ja ich meine das ich meine nix wir können ja wir können ja direkt weiter machen weil das Puzzleteil bleibt ja gespeichert so also brauchen wir das nicht nochmal machen hervorragend so ok hepper hepper so geht doch das ist leider nur eine Bananenmünze gewesen die wollen wir nicht nehmen wir ruhig mal Cranky wieder mit wer weiß was der hier noch so bringt ich bin daneben gesprungen so unglaublich gerade wieder ah dabei ist es noch gar nicht so heiß also es ist aktuell wieder warm draußen das auf jeden Fall wir haben heute den 2. Juli ne und wie gesagt der Urlaub steht kurz bevor eine Woche noch arbeiten für mich heißt es und dann habe ich drei Wochen Urlaub und ich freue mich da wahnsinnig drauf und ja es ist auch zum Glück nicht allzu stressig auf der Arbeit also es sieht momentan nicht danach aus als würde jetzt noch das große Chaos ausbrechen kurz vor dem Urlaub was mich auch schon mal sehr freut verzeihung jetzt habe ich natürlich nicht Cranky ist egal ich behalte mal das Fass weil hier kommt ja gleich ein Penner genau so wir kommen mal im Level weiter wer hätte das gedacht ich wollte eigentlich das hier machen hat nicht so ganz geklappt so aha was ah da oben ist was ja ich sehe das wohl ach scheiße ah da oben ist ein Bonus Level oh Gott das ist eins ah 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 okay das kann man mit einem einzelnen Kong schaffen natürlich kann man alle aber komm ha geschafft ich bin begeistert hu 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 Puzzleteil erhaltet 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 sehr schön hier runter guck mal was da unten noch so ist außer an der Bananenmünze will ich die einsammeln bin mir nicht so ganz sicher ob ich die will naja ich glaube ich lasse die mal wo sie ist ha 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 der hättest mich fast erwischt die Penner so was ist denn das da oh ist die Frage wo will ich hin ne okay oh okay einfach nur da ran sprengen dann ist die Frage wenn ich alle Bananen einsammel kriege ich dafür was das ist natürlich wieder so ne Geschichte ja so ich muss echt genau in der richtigen stelle hängen ne ach scheiße das könnte jetzt wieder paar Anlaufpunkte hier bringen jetzt ist genau eine da geblieben ich will es wissen naja das hat äh da kommt ich hin okay wir probieren es erst mal so das ist aber auch okay na gut und wieder hier hin ah die Köttiche werde ich sogar alle kriegen oder was machst du denn ich hab ja anscheinend ich hab in die andere Richtung gelenkt zum springen aber er wollte einfach mal einen weiten Absprung machen na gut ich möchte das eigentlich ganz gerne probieren die alle einzusammeln ach man ey ja das ist genau das gleiche wie eben na das wollte ich gar nicht so ja wir haben noch genug Leben so ist es nicht aber es ist natürlich auch ein bisschen frustrierend naja okay den schaffe ich nicht das brauche ich nicht probieren alter oh man ich bin froh wenn diese Welt rum ist ganz ehrlich ich hoffe da kommt auch mal eine schönere Welt sie ist ne 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 wieder einvergessen ah geil höchstwahrscheinlich gibt es da wirklich was für aber ach komm ich war doch dran also gefühlt war ich dran wahrscheinlich war es optisch nicht so dran okay noch einmal ich hab alle oder hab ich alle ja mal gucken ob es jetzt gleich klappt was gab es jetzt hier nochmal für Panamenmonster okay es gibt ja nichts für hätte ich jetzt eigentlich vermutet es gibt es doch nicht er springt einfach nicht so wie ich springen würde na gut ich würde wahrscheinlich gar nicht springen ich würde wie ein nasser Sack runterfallen ich hätte echt gedacht dass man hier ja und jetzt kriege ich sie auf Anhieb wenn ich weiß dass ich sie nicht brauche das ist unglaublich ah zu früh abgesprungen ja 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 ach man ey so nochmal das ganze das ist unglaublich ne jetzt krieg ich die jedes mal es ist ist ich fasse es nicht ich fasse es nicht muss ich denn echt ganz unten an die spiel oder ich mach ne 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 kann ich das so eine Rolle drauf machen auf dem Gras ne 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 kann ich gar nicht da klopft er automatisch okay ah was ist das denn okay ich kann drauf rennen anscheinend er hat sich nicht festgehalten er ist gerannt ach man es ist ja jetzt hier nicht wahr und nochmal oh es geht es geht es geht es geht es geht okay man kann ja nochmal hin und her schwingen das kostet ja nix so was ist da oben ein Puzzleteil immerhin drei von sieben naja eine Bombe für dich wahrscheinlich das war erst das O okay okay links ist was man sieht's nur die Banane glaube ich nicht ah Bonus oha was ist das denn wieder schönes ach das ist das Ding okay kennen wir ja ist für den einzelnen Appen auch ein bisschen viel finde ich aber man kann's natürlich schaffen ja man schafft's ja auch so hop okay das haben wir auch das ist dann schon das vierte ne jawoll vierte von sieben okay Speichersau hatten wir gerade nimmst du mich mit ah ich warte auf den nächsten hop okay aha kann man die beeinflussen nö ähm hä kann ich denn konnte ich die Höhe irgendwie beeinflussen von den Dingern also ich weiß gerade nicht wie ich halte mal hier an wie ich das hätte machen sollen weiß ich nicht aha sah so verdächtig aus ja ich wollte auf seinen Kopf springen verdammt okay gut aber wir haben Puzzleteil gefunden das ist doch schon mal was ich verstehe zwar noch nicht wie ich da jetzt ausweichen soll bei der einen Stelle also hier kann ich abspringen und so tun dann kann ich wieder ran muss ich auch nur Glück haben dass ich jetzt so recht Zeit dran bin wahrscheinlich okay mal gucken na du hi so muss ich hier doch wieder Bananen einsammeln das kann doch nicht auch sein vielleicht taucht hier noch wieder ein Puzzleteil auf das hatten sie schon mal äh in Returns scheiße dass da auf einmal dann ein Puzzleteil zwischen war das hat natürlich auch eine miese Kiste ich kann mir schon vorstellen dass wir die Gag nochmal bringen aber wir gucken erst mal ja wahrscheinlich ist das echt so gewollt dass man hier warten soll bis das Ding hoch geht aber es geht nicht weiter hoch hm verstehe ich nicht egal oh mein Freund ich vertraue mal drauf dass man hier nichts einsammeln muss hä hä dann gucken wir mal oder ich bin mir gerade nicht sicher ich bin mir da echt nicht sicher ja es war jetzt irgendwie doof ich bin einfach freiwillig nochmal zurückgegangen weil ich gedacht habe ah willst du doch nochmal gucken ja das war jetzt meine doofheit natürlich zu 80% ist es sowieso meine doofheit das gebe ich ja auch zu ne wie man auch die Banane da oben kriegen soll ist mir auch schleierhaft ehrlich gesagt verstehe ich alles nicht verstehe ich alles nicht so ja ich warte nochmal auf das Viech da gab es also nichts für hi ja hoch mit deinem Arsch ich fasse euch den Ton wow okay die will ich haben ein Herz aber warum nicht okay war da was ganz kurz ne da ist nichts links oh in hier verwandt es dich in ein Leben ha ei ach ne